So ziemlich jeder hat mittlerweile mitbekommen, dass es demnächst eine neue Grundsteuerreform gibt. Sie betrifft auch ausnahmslos jeden von uns, sowohl Eigentümer von Immobilien oder Grundstücken, als auch Mieter. Denn jeder Mieter zahlt in den Nebenkosten die Grundsteuer mit. Wieso wird diese aber neu berechnet und wer ist überhaupt zur Abgabe einer Grundsteuererklärung verpflichtet? In diesem Video kläre ich genau auf. Bleibt daher unbedingt bis zum Ende dran. Nach dem Intro geht's los. Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem YouTube-Kanal. Ich bin's wieder, der Alex von Smart2Finance. Und in diesem Video geht's um die neue Grundsteuer. Zunächst möchte ich euch erklären, was überhaupt die Grundsteuer ist. Die Grundsteuer ist eine Steuer, die jeder Eigentümer einer Immobilie oder eines Grundstückes zu bezahlen hat, um seine Gemeinde und seine Stadt dabei zu unterstützen, zum Beispiel Schulen zu errichten oder Krankenhäuser oder zum Beispiel die Straßen zu sanieren oder neue Spielplätze zu errichten. Das ist quasi eine allgemeine Steuer, die einen Beitrag dazu leistet, dass es der eigenen Gemeinde oder Stadt gut geht. Und wenn allerdings der Eigentümer seine Immobilie vermietet, dann darf er diese Grundsteuer an den Mieter abgeben, in Form der Nebenkosten. Daher betrifft diese auch wirklich jeden von uns. Eine Grundsteuer gab's natürlich schon immer. Aber wieso wird diese jetzt neu berechnet? Naja, das Bundesverfassungsgericht hat entschieden im Jahr 2018, dass das Gesetz der Gleichbehandlung nicht mehr eingehalten wird. Denn es gibt einfach innerhalb von Gemeinden extrem große Unterschiede zwischen den Grundsteuern. So bezahlen manche Immobilienbesitzer oder Grundstücksbesitzer, die ihr Grundstück erst vor einigen Jahren erworben haben, deutlich mehr Grundsteuer als jemand, der vielleicht vor 70 Jahren sein Grundstück geworben hat. Weil aber die Gemeinde oder die Stadt in der Zwischenzeit gewachsen ist, wird mittlerweile eine höhere Grundsteuer erhoben. Und das ist einfach nicht mehr fair. Aus diesem Grund soll jetzt diese neu berechnet werden. Und dafür muss jeder von uns eine Grundsteuererklärung abgeben. Da das natürlich eine gewisse Zeit dauert, wird die alte Grundsteuer noch bis zum Jahr 2024 erhoben. Und ab dem 01.01.2025 gilt dann die neue Grundsteuer. Bis dahin hat dann die Regierung Zeit, die neue Grundsteuer zu berechnen. Laut Aussage des Bundesfinanzministeriums soll die gesamte Einnahme der Grundsteuer innerhalb des Landes nicht mehr werden als davor. Allerdings wird diese anders umverteilt. Es wird viele Eigentümer geben, die demnächst deutlich mehr Grundsteuer bezahlen. Es wird aber auch Eigentümer geben, die weniger bezahlen werden. Das wird damit zusammenhängen, wie sich denn die Gemeinden und die Städte in den letzten Jahren entwickelt haben. So sind manche Städte von einem Dorf mittlerweile zu einer relativ großen Stadt geworden und sehr beliebt geworden. Und aus anderen Städten sind mittlerweile viele Menschen umgezogen oder ausgezogen. Hier wird dann tendenziell eine Reduzierung der Grundsteuer zu erwarten sein. Diese Grafik des Bundesfinanzministeriums für Finanzen zeigt zum Beispiel auf, wie unterschiedlich Grundstücke und Immobilien in benachbarter Lage berechnet wurden. So hat zum Beispiel in Offenbach eine Eigentumswohnung mit 73 Quadratmeter 132 Euro Grundsteuer gezahlt, während eine benachbarte Partei für eine Etagenwohnung mit 83 Quadratmeter 450 Euro zu zahlen hatte. Oder in Düsseldorf-Unterbilk hat zum Beispiel einen 829 Quadratmeter Einfamilienhaus 839 Euro Grundsteuer gekostet, während jemand anderes mit 837 Quadratmeter 3.053 Euro Grundsteuer zu zahlen hatte, was ja quasi das Vierfache von dem wäre. Aus diesem Grund soll jetzt die Grundsteuer wieder für mehr Gleichberechtigung neu erfasst werden. Um eine Gleichberechtigung für alle zu erreichen, soll die Grundsteuer auf nationaler Ebene möglichst gleichbleibend sein. Das bedeutet, dass diese sich nach dem Wert einer Immobilie richten soll. So sollen zum Beispiel Menschen, die in sehr begehrten Lagen oder in Großstädten leben oder sehr zentral leben, mehr Grundsteuer zahlen als zum Beispiel Menschen an einem Ortsrand. Außerdem sollen gemeinnützige Immobilien oder Immobilien für sozial schwache Menschen ebenfalls günstiger versteuert werden. Dadurch soll Wohnen einfach in Zukunft erschwinglicher sein. Wie berechnet sich allerdings jetzt die Grundsteuer? Ohne zu tief darauf eingehen zu wollen, möchte ich euch nur kurz eine Grafik des Bundesfinanzministeriums für Finanzen zeigen. Hier sieht man, dass die Grundsteuer sich aus folgender Formel errechnen wird. Wert des Grundbesitzes mal der Steuermesszahl mal dem Hebesatz. Also die Wert des Grundbesitzes richtet sich dann unter anderem zum Beispiel nach der Fläche, nach der Kaltmiete oder nach dem Bodenrichtwert. Die Steuermesszahl wurde reduziert und wird vor allem für sozialen Wohnraum deutlich günstiger. Und der Hebesatz, der wird von der jeweiligen Kommune erhoben. Das Ganze ergibt dann eben die Grundsteuer, die man zu zahlen hat. Noch eine Kleinigkeit in eigener Sache. Wenn dir das Video bis dato gefällt, lass mir doch bitte einen Daumen nach oben da und abonniere gerne meinen Kanal. Klick auf die kleine Glocke, damit du in Zukunft auch keine weiteren Videos von mir verpasst. Vielen Dank. Ich zeige euch jetzt noch eine andere Grafik, ebenfalls vom Bundesfinanzministerium. Hier seht ihr, wie sich zum Beispiel innerhalb von Dresden die Grundsteuer neu berechnen könnte. Im Zentrum Dresdens würde man zum Beispiel in etwa 39% Grundsteuer sparen, während man im Osten Dresdens ungefähr die gleiche Grundsteuer in Zukunft zahlen wird. Aber im Westen könnte sich die Grundsteuer um etwa 36% erhöhen. Und wieso muss ich jetzt eine Grundsteuererklärung abgeben? Der Staat kann doch einfach selbst die Grundsteuer neu berechnen. So einfach ist es leider nicht, denn laut Aussage des Bundesfinanzministeriums liegen nicht alle Daten digital bis zum heutigen Zeitpunkt vor. Es soll jetzt aber das letzte Mal sein, dass jeder Eigentümer einer Immobilie oder eines Grundstückes sich die Mühe machen muss und nochmal alles digital einreichen muss. Danach wurde allerdings versprochen, müssen in Zukunft keine weiteren Steuererklärungen in dieser Richtung abgegeben werden, da dann einmalig die Daten digitalisiert vorliegen und der Staat oder das Bundesfinanzministerium in Zukunft dann auch die Steuern selbstständig neu berechnen kann. Genau aus diesem Grund ist man verpflichtet, das Ganze über Elster Online zu machen, denn so hat der Staat gleich die Daten digitalisiert. In einigen Bundesländern, wie zum Beispiel in Bayern, gibt es allerdings auch Erleichterungen für Menschen, die vielleicht noch nicht so ganz internetaffin sind. Diese dürfen noch weiterhin ihre Steuererklärung in Papierform abgeben. Allerdings wird Elster Online ganz klar bevorzugt. Und bis wann muss man die Grundsteuererklärung abgeben? Geöffnet wurde das Zeitfenster jetzt am 1.7.2022 und gültig ist das Ganze bis Ende Oktober 2022. Innerhalb dieses Zeitfensters ist ein jeder von uns verpflichtet, die Grundsteuererklärung abzugeben. Wer das nicht tut, kann mit hohen Säumniszuschlägen rechnen. Wie kann man sich nun vorbereiten, damit man auch das Zeitfenster einhalten kann? Zum einen ist es wichtig, dass man schnellstmöglich einen Elster-Account eröffnet, falls man diesen noch nicht hat. Das Ganze geht über Elster Online und dann auf Benutzerkonto anlegen. Es dauert dann noch in etwa zwei Wochen, bis man einen Brief von Elster Online bekommt, mit dem man dann seinen Benutzer-Account aktivieren kann. Von daher sollte man sich hier nicht allzu viel Zeit lassen. Und man sollte schon mal alle nötigen Daten heraussuchen. Welche Daten benötigt nun das Bundesfinanzministerium von uns? Diese sind zum einen die Größe des Grundstücks, dann falls zur Hand die Grundbuchblattnummer, dann Gemarkung, Flur und Flurstück. Das Ganze erinnert man am besten seinem Grundbuchauszug oder dem Notarvertrag. Bei Eigentumswohnungen ist wichtig zu wissen, was ist der Miteigentumsanteil am Grundstück, also Zähler und Nenner. Dann die Steuernummer natürlich und das Aktenzeichen des Grundstücks. Dieses findet man im Normalfall auf der letzten Grundsteuererklärung des Finanzamts. Dann den Bodenrichtwert. Diesen findet man auf der Website Bodenrichtwert Boris. Ich werde diese unten unter dem Video noch einmal verlinken. Dann das genaue Baujahr des Gebäudes, wenn das Gebäude neuer als 1949 erbaut wurde. Dann die Wohnfläche, die Anzahl der Garagenstellplätze und die Kontaktdaten der Eigentümerinnen und Eigentümer und deren Anteile am Eigentum. All diese Daten solltet ihr, wie gesagt, schnellstmöglich heraussuchen. Denn falls man nochmal einen neuen Grundbuchauszug anfordern muss oder Elster länger als zwei Wochen benötigt, um den Brief zuzusenden oder der Brief abhanden kommen würde, dann wird es mit der Frist ziemlich knapp. Selbstverständlich können auch Steuerberater Vereine diese Erklärung abgeben. Allerdings sollte man beachten, dass natürlich ein jeder von uns momentan aufgrund des knappen Zeitfensters diese Steuererklärung abgeben möchte und die Steuerberater natürlich dadurch ziemlich ausgelastet sind. Denn auch hier kann es eben schwierig sein, einen Termin zu finden. So, ansonsten hoffe ich, dass dir das Video gefallen hat und einen kleinen Mehrwert bieten konnte. Ich werde in einem anderen Video noch zeigen, wie man sich bei Elster Online registriert. Ein kleines Tutorial dazu drehen. Von daher abonniere gerne den Kanal, wenn du das Video auch sehen willst. Und wenn du auch in Zukunft keine weiteren Videos rund um die Themen Finanzen und Investments verpassen möchtest. Ich würde mich auch über einen Daumen nach oben freuen. Ansonsten schau dir auch gerne hier meine weiteren Videos an, rund um die Themen Finanzen und Investments. Ich würde mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen, wenn es dann wieder heißt Smart to Finance. Bis zum nächsten Mal, dein Alex. Bis zum nächsten Mal, dein Alex.